Wir sind hier in Pekiat, wo wir reingeworfen lassen, den Scherben fielen. Drei Gestalten da hinten haben nichts besseres zu tun, als hier Geocaching zu machen. Wo wir sagen, haben die sonst noch irgendwelche Sorgen oder was stimmt denn mit den Geocachern? In meinen Augen sind das keine Menschen mehr. Die sollen mal hier die größte Katastrophe der Welt suchen Ostereier. Hier ist noch ein Brechen. Ja. 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 Seht ihr auch noch ein bisschen was von Tschernobyl oder seid ihr nur am Geocaching? Nur am Geocaching. Ja. Nächste Morgen nochmal nach Tschernobyl. Genau. Das finde ich gut. Das macht auch Sinn. Das sehen wir auch so.